hallo zusammen diese wieder gerufte ja aber was kurz in eigener sache ja ich bin immer noch in dark souls 3 der sind das mod scheiße ich gucke eine mail aber das ist wahnsinn ich sage momentan nichts tropas ist doch ein von uns gibt es gab es ein dlc habe ich mir gekauft das muss man gucken was das ist überhaupt der c euro ist vielleicht mehrfach nur die pläscher spontan reis kann ach so ja noch was in eigener sache torsten falls du dazu guckst ja guck dir mal auf dein ps4 wie hieß das ps4 ich wollte eigentlich kontakt aufnehmen zu da aber ich weiß nicht wie es ist mal endlich die möglichkeit aber du hast alles blockiert scheinbar zumindest das veräußerstehende also wenn sie es um durch schalter mal nur zu also zur mod ich habe jetzt versucht eine no dead run zustande naja hätte ich besser gelassen wenn ich mir was vornehmen das klappt einfach nicht ich bin schon ewig nämlich bei gundjörg gestorben und da habe ich no dead run was ist gleich bei gundjörg gestorben auf jeden fall trotzdem ich lade hoch es ist halt ich nenne es dann dead run das bringt es auch nicht oder aber ich habe es jetzt halt aufgenommen Platz auch hoch vielleicht fällt mir noch irgendeinen dummen titel euch wie ich es nennen könnte ich habe aber auch ein charakter gespielt wobei so schlimm ist der charakter gar nicht ok wenn es euch gefällt dann würde ich mich auch über einen daumen freuen oder so ansonsten los halt macht es gut bis dann hallo zusammen da ist er wieder der grüfti ähm hier wieder intakt sollst 3 offline wie sind das noch ja ich würd gern so noch mal was probieren und zwar so ein äh auch ich jetzt hier geschriften so ein ran wo man versucht also nicht zu sterben ich zeige ich tausend zitteln da liege ja ich glaube auf englisch no dead run oder so ähnlich will mich aber nicht feststellen starte ich ein neues spiel und wie gesagt wenn ich bin ein bisschen nervös jetzt weil das habe ich noch nie gemacht kann soll dass das mitte da bloß drei minuten geht das wäre aber scheiße lade ich auch nicht hoch dann drei minuten also halb stunden würde ich schon gern durchhalten ok halb stunden dauer der lächelnde charakter raussuchen yes in die das überspringen ist so wenn man erstmal weibliche charakter das ist nicht so tragisch wenn das als weibliche charakter ja oder du und zwar wenn man sehen das ist so ein könnte er also unisex ok alles eingeschwischt eine zu alt oder so die klasse die klasse nackt und und original unbekannt das konnte ich gerade noch so entziffern aber das ist blöd was natürlich level 1 ich glaube ich bin bretter ist vielleicht ganz gut von der offnung könnten vielleicht am weitesten kommen weil ich würde dann schon wieder gerne mit offenen charakter gehen wo ich also bisschen mit extra wie an der tex und dexter ich erfahre und errechnen ich mal die größte chance aus mag ja oder oder piraman das habe ich nicht gespielt so kenne ich mich zu wenig aus und die was ist das 13 die personen data und da haben da die die bin um gleich mit x 18 zur geschicklichkeit schon achten die gegen die denn die nicht habe ich gehabt auf müssen mercenari jetzt sieht es sich in der klamotten sich die scheiße also in dem mod gibt es glaube ich die erste vernünftige dexwaffe wenn ich recht weiß kurz vom guten holzkopf also von wie hat er jetzt käse beflucht das großholz in der kiste bei der mimik das ist das penetrator schwert wenn ich recht will das ist relativ schwer was der da oben hat das ist sehr sinnvoll der skaliert eigentlich auf intelligent wenn dann hätte ich gerne ein bisschen glaube weil man kann man sich schon ach so heilzauber das glaube nur in level 80 ist ja schon da kann man gar nicht aufsteigen wenn ich der krieger kriegerin und die rüstung ist klasse aber nur dicks das ist schon stärker 20 glaube ich müsste ich da oh ein homer ein soldat der helm ist viel zu groß für dich nee akkolyt habe ich schon mal probiert ich weiß nicht nix aber auch gut es ist wenigstens damenhaft gekleidet nee das will ich nicht Captain, was? Captain? Pison? nö 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 explorer ach ein brawler ach gut nö ein handhaar schon 24 steaks krass und halt glaube ich schon 10 aber mit dem bobe er kann dann doch auch noch als stadtklasse ist das was? aber jetzt sehe ich aber fisch aus mit der lederkleidung nein nein dann habe ich nicht ganz verstanden das muss ich mal privat heißen du scheiße du scheiße der wilder Hund oder? Halt Gas wow wow aber es ist auch was ne kieptiker Paladin wow du scheiße was? ne du bist von Paladin was? ne ne ok also entweder Akolyt Pätschen glaube ich 16 ich glaube das nehme ich halt noch einmal ich gebe mich ein bisschen aus ich weiß nicht ob das gut ist aber komator eigentlich auch was irgendwas muss das eigentlich sein ach ich könnte auch ein Favorit laden habe ich ja gemacht warte mal ne du genau mache ich halte ich aus so Freunde jetzt geht's jetzt geht's ähm ins Ei gemacht so und wo ist denn der Schild? ja du bist gar kein so scheiße warte mal dann den wenigstens in zwei Hände ja hm was ist denn jetzt? ist denn jetzt wieder kaputt? hä? das ist ja wieder was ist denn jetzt wieder kaputt? hm Das kann doch nicht sein, Freunde, was ist denn das für eine Scheiße? Wieso kriege ich den da jetzt? Ah, war vielleicht ein kleiner Bug. Buchse Bug. Wenn man da wirklich nur drei Pänke. Wenn das jetzt da war, dann ist das ja so. Zeiße. War das jetzt nur da vielleicht? Okay, okay, okay. Ach doch, hock da an. Ach du Scheiße, das ist Handicap. Haben die mal jetzt ein Handicap? Weil ich so großmäulig war. Oh, das könnte natürlich sein. Ach komm! Wenn ich aufflog, kommt das. Hä? Das heißt, ich darf nicht aufflogen. Ich darf nicht schlagen. Bist du dreckig auf dem Rücken? Hä? Was ist das? Ich weiß nicht, wie ich erkenne vorher. Oh, du Scheiße. Das muss ein Bug sein. Ich wollte wenigstens das erste Leuchtfeuer. Ja. Das ist jetzt auch blöd. Ach komm! Das wird die Scheiße halten, ja. Und das ist jetzt weh. Ach du. Ach, das macht mich schon verrückt, ja. Okay, da muss ich. Ich geh jetzt mal kurz ans Feuer. Und dann hast du dich. Ich scheiß da drauf jetzt. Ach, das ist doch scheiße, ja. Ja. Ne, das war ja. Blöd, ja. No. Okay, rassen wir mal. Ja, gut. Da ist er wieder. Hab ich da jetzt was verstellt irgendwie, oder was? Ich hab doch nichts gemacht. Kontrolleiser, komm. Warte mal, da blick ich einfach nicht mehr durch, was das ist. Hat keinen Sinn, Freunde. Das macht mich fertig. Okay, dann mach ich mal einen kurzen Cut. Und gucke wohl, Start halt noch einmal neu. Hallo, da sind wir wieder, jawohl. Ja, jetzt hoffe ich, dass das Problem behoben ist. Wollen wir mal sehen. Wollen wir mal sehen. Na, warte. Wollen wir mal tausend Kontrolle ausstehen. Wollen wir mal neugestattet? 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 Ja. Das. Könnte unter Umständen funktionieren. So, wenn es Leuchtfeuer haben wir, geht es eigentlich nicht. War ich noch gar nicht. Ja. Naja. Vielleicht auch noch mal. So. Wollen wir mal dann da rein hier. Ähm. Warum mache ich denn das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich will ja eigentlich. Wow. Ach, das gibt's doch nicht. Ja. Aber ich bin vielleicht doch nicht der richtige Charakter genug. Oh. 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 Du Scheiße. Wieso klappt das jetzt mal schon mal bei dem Endschlag und du nicht? Kann doch nicht sein. Braucht jetzt keiner. Und der will keinen Weg rumstehen von denen. Falls ich mich zurückziehen muss. Wer ist denn da hinten überhaupt? Ach, da ist der Baum. Boah. Scheiße. Wer bist denn du? Ich bin nicht weit gekommen. Hohe in Frieden. Mein Sohn. Also wenn es nicht klappt, da hinten mit dem, ähm, was weiß ich, mit der Rekristallechse oder was das auch immer ist, dann ziehe ich mich wieder zurück. Das wäre es ja, wenn ich da jetzt abmittelbelang habe ich noch ein Spiel. 20 Minuten. Scheiße. Muss ich ja normal nicht machen. Genau hergucken wir, wenn ich stärker bin. Kennt ihr schon. Nehm ich mit? Wow. 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 Habe ich eigentlich schon einen Schlager drin? Das ist noch nicht. Ach du Scheiße. Ich mache gar keinen Scheiß. Achtung. Achtung. Eis. Oder, 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 oder was weiß ich. Wow. 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 Schnell weg. Halt nicht da hin. Oh, wow. Scheiße. Jetzt müssen wir schon was trinken. Ach, keine Ahnung, das Tower. Nicht aus dem Fokus raus. Nicht aus dem Fokus raus. Und Dickung. rechtzeitig in Dickung gehe. Den schaffen wir. Guck, den schaffst. Wird erst mal holen. Ja. Achtung, Herr Kump. Nicht noch einmal trefferlos. Nur noch zwei Tränke. Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf. Das war ein Doppelaufgriff. Ein dritter. Das reicht nicht. Oh, jetzt dringend. Oh, drachenauge. Hm. Ein drachenauge. Mach ich damit. Ich weiß es nicht. Das ist mir jetzt auch vollkommen wurscht, was ich damit mache. Okay. Dann würde ich sagen, noch. Jetzt sind wir. Ja. Noch nichts. Hat sich noch nichts geändert. Lead Message. Mache ich jetzt später. Als allererstes ans Feuer. Die Nerven beruhigt. Ich habe nicht noch Tee überhaupt. Hm. Kalt. Und vor allen Dingen nicht irgendwo runterfallen. Das mache ich ja so gern. Oh, meine. Pass auf. Keinen Fehler machen. Oh, meine. Pass auf. Weischt gerade. Der hat also zwei Schläge. Das Item könnte man probieren. Obwohl wir den nicht alle machen. Und wenn wir das jetzt machen. Ja. Und mehr. Und mehr. Ah ja. Gut. Geht. Fallschade. Fallschade. Muss ich in acht nehmen. Also ich habe aber auch die. Das brauche ich jetzt nicht. Die nehme ich nur mit neu. Was ist denn das? Das brauche ich nicht. Ich weiß gar nicht. Was ich damit mache. Ja. Moment. Da ist er schon. Hat er ein Schild? Nein. Komm. Machen wir. Wir holen uns erst die Ludi. Und rücken vermeiden. Jawohl. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Grüne Blüte. So Ludi. Ähm. Habe ich. Remove. Okay. Achtung gleich. Drei Schläge. Hopp. Mehr reicht nicht. Muss ich ihm offen. Vielleicht markiere ich schon mal. Null. Welch. Woh. Dilemma. die lämmer er hat noch nicht um uns als wir die farse und ich habe nur noch zwei drängen vielleicht doch einer mit dem schild nehmen soll er hätte aber nur um zu springen jetzt wird es kritisch jetzt habe ich nichts mehr ach gut ich strecke die hälfte ich setze mal die bombe rei wir sind zwar nicht so wirkungsvoll wie die schwarze aber ich habe hier das schlüsseln immer miete mir geht gerade so was die glauben ja ob noch einig wenn ich uns noch einig die letzte ob bisschen schwächer den mann oder den baum so das werde das spiel und keine ausdauer ach scheiße das war fertig